Barmen war bis zu seiner Vereinigung im Jahr 1929 mit vier anderen Städten zum heutigen Wuppertal eine Großstadt im östlichen Rheinland. Heute erstreckt sich Barmen als Stadtteil Wuppertalsch auf die Stadtbezirke Barmen, Heckinghausen und Oberbarmen. Das westfälische Langerfeld, vormals Gemeinde im Kreis Schwemm, heute der östliche Teil des Wuppertaler Stadtbezirks Langerfeld-Beinburg, gehörte ab 1922 ebenfalls zur Stadt Barmen, ebenso das Westfalen zugehörige nächste Breck mit vereinzelten Eingemeindungen aus der Stadt Spockhövel. Geschichte, Besiedlung, Frühmittelalter ab dem 7. Jahrhundert erfolgte die relativ späte und spärliche Besiedelung des überwiegend bewaldeten Wupperaums durch altgermanische Volksstämme. Belegt wird diese Besiedlung durch dafür typische Ortsnamen, die auf Inghausen enden, Wichlinghausen und Heckinghausen, spätestens ab dem 8. oder 9. Jahrhundert folgten rheinfränkische Rudungen und Siedlungsgründungen nach, die ebenfalls anhand von Ortsnamensbestandteilen festgemacht werden können. Nach neueren Forschungen ging diese fränkische Besiedlung möglicherweise vom Werdener Frohnhof in Schwelm aus, das spätestens ab dem 11. Jahrhundert Zentrum eines Kirchspiels und eines fast deckungsgleichen Go-Gerichtsbezirks war. Die Region war lange Zeit Grenzgebiet zwischen dem Fränkischen Reich und dem Einflussgebiet der Sachsen, was neben den im Vergleich zur Rhein lebende unwirtlicheren landwirtschaftlichen Bedingungen größere Siedlungsstrukturen verhinderte. Ab dem 10. Jahrhundert ist das Gebiet Teil des südlich des Ruhrgaus gelegenen Keldachgaus, der im Besitz der Nachfahren der Erzonen war. Diese besaßen im Barmergebiet aller Wahrscheinlichkeit bereits zu dieser Zeit daher dort auch Allode. Der Name Barmen wurde vermutlich 1070 DK Sekunden erste Mal als Barmen in einer Abgabenliste der Abtei werden urkundlich erwähnt, wobei der später in die Stadt Barmen eingemeindete Hofanern bereits seit 1050 beurkundet ist. Nach neueren Forschungen könnte sich das Barmen dieser Urkunde möglicherweise aber auch auf einen Hof bei Hedinghausen beziehen. Um 1150 findet die eine erste Erwähnung der Höfe Brug und Horhassen statt, die dem Werdener Oberhof Schöplenberg Abgaben zu entrichten hatten. 1220 finden sechs Höfe in und bei Braten Erwähnung. Graf Ludwig von Ravensberg, einer der oben erwähnten Nachfahren der Erzonen, war im 13. Jahrhundert Besitzer eines Verbands von Höfen auf Barmergebiet, wobei sich hier neben dem Ravensberger Besitztum auch Höfe und Höfeverbände mit anderen Besitzern oder Freihöfe befanden. 1244 gingen diese Ravensberger Höfe auf Barmergebiet aus dem Allodialbesitz der Ravensberger in den der Grafen von Berg unter Graf Heinrich IV. über. In der dazugehörigen Vertragsurkunde, welche die zweite urkundliche Erwähnung Barmens ist, wird dieser Besitz als Bonadee Barme bezeichnet. Der Oberhof dieser Willikation war vermutlich der Seelhof. Im gleichen Jahr erwähnen Urkunden in Brabantaklöstern einen Rederhoftokimner und Rederhoftorhuventeel. Barmen war also zunächst die Sammelbezeichnung für ein Gebiet, das aus einem lockeren Verbund von Höfeverbänden, Einzelhöfen und Siedlungsplätzen bestand, das jedoch nicht territorial einer Herrschaft unterstand, sondern je nach Hof- oder Höfeverband weltlicher oder geistlicher Allodialbesitz waren oder Freibauern gehörten. Der Hof Wichlinghausen war z.B., der Oberhof eines Wichlinghauser Höfeverbands, der 1384 von den Grafen von der Mark erworben wurde. Mitten durch Barmen verlief auf der Linie Leimbach-Fischertalerbach die Grenze des kurkölnischen Kirchspielschwellen und dem ebenfalls kurkölnischen Kirchspielhildern. Zugleich schied diese Grenze ab dem 9.10. Jahrhundert das Dekanat Lüdenscheid vom Dekanat Neuss sowie die beiden Gogerichtsbezirke Schwellm und Elberfeld. Diese Grenze besteht heute indirekt noch in der Trennlinie zwischen Oberbarmen und Unterbarmen. Diese Grenze war im Spätmittelalter durch eine Landwehr gesichert, die von Hort über Herzfeld, entlang den Bächen Leimbach und Fischertalerbach und über den Scharpinner-Kad-Berganlagen vorbei bis zur Burg Beinburg verlief, noch im 16. Jahrhundert in Teilen beschrieben wird und deren wenige Reste heute als Bodendenkmal unter Schutz gestellt sind. Die Entstehungszeit und der Zweck dieser Landwehr ist in der Forschung umstritten. Justus Bockemühl nimmt z.b. einen Ursprung im 10. Jahrhundert als Sicherung der Dekanatsgrenze an. Andere Forscher sehen eher einen spätmittelalterlichen Ursprung infolge der bergisch-äckischen Territorialbildung an. Der Name Barmen steht laut einigen Forschern etymologisch in Zusammenhang mit dieser Landwehr. So wird der Namen als Wall-Erdhaufen gedeutet. Der altsächsische Wortstamm-Bärm-Barm findet sich auch im Begriff Heubarme wieder, sodass hier mit Bonadé-Barme von den Höfen am Erdwall die Rede sein könnte. Bockemühl deutet die Etymologie anders. A.H.D. Brammer M.H.D. Brame ist gleich Dornstrauch wurde nach einer Lautumstellung zu Barme zu Born. Eine Dornenhecke ist ebenfalls integraler Bestandteil einer Landwehr und der spätere Bergische Oberhof Dörnerhof wurde ebenfalls aufgrund seiner Lage an dieser Landwehr und deren Dornenhecke so benannt. Barmen mit seinen beiden Teilen Ober- und Unterbarmen gehörte im Spätmittelalter zum Bereich der Freigrafschaft Vollmerstein, deren Freistühle bis in das 15. Jahrhundert nicht den Gerichtsbarkeiten der Bergischen oder Märkischen Allodial- und Territorialbesitzer unterstanden. Dies unterstreicht zusätzlich die Inhomogenität Barmens das erst sukzessive ab dem 14. Jahrhundert zu einer territorialen Einheit fand. Die Außengrenze der Freigrafschaft Vollmerstein, die in etwa deckungsgleich mit den beiden Gogerichten Schwelm und Hagen war, findet sich ausweislich einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Abschrift der Grenzbeschreibung noch heute exakt in der Stadtteilgrenze zwischen Barmen und Elberfeld wieder und war ebenfalls durch eine Landwehr gesichert. Das gleichzeitige, konkurrierende Vorhandensein von Freigrafschaft und Gogericht resultiert aus der Grenzlage zum fränkischen und sächsischen Kulturraum, in den das überlieferte altgermanische Rechtssystem jeweils eine andere Entwicklung nahm und im Hoch- und Spätmittelalter zu anderen formalen Strukturen führte. Die bergischen und märkischen Grafen emanzipierten sich ab dem 13. Jahrhundert von dem Status des Dienstadels und der Wüchte des Kölner Erzbischofs und begannen eigene Territorien aufzubauen. Zwischen 1300 und 1324 annektierten die Grafen von der Mark das Kirchspielschwemm und somit den Osten von Barmen mit den Gebieten bei Wichlinghausen, Heckinghausen und nächster Brick von Kurköln, die Grundherrschaft über einzelne Höfe im von Mark annektierten Gebiet gehörte aber seit dem Erwerb der Güter in Barmen 1244 mehrheitlich den Grafen von Berg. Andere Höfe in Unterbarmen, die zum Höfeverband Wichlinghausen gehörten, waren später im Gegenzug trotz territorialer Zugehörigkeit zur Grafschaft Berg den Grafen von Mark verpflichtet, was zu unterschiedlichen Abgabenansprüchen und Gerichtsbarkeiten innerhalb der bergischen und märkischen Einflusssphären führte. Kirchlich waren auch die bergischen Höfe in Oberbarmen der märkischen Pfarrei in Schwemm verpflichtet, nicht der bergischen in Hildern, was mit umgekehrten Vorzeichen natürlich auch für die märkischen Höfe in Unterbarmen galt. Ab Beginn des 14. Jahrhunderts machten auch die bergischen Grafen, die 1380 zu Herzögen ernannt wurden, nach ihren militärischen Erfolgen gegen den Kölner Erzbischof 1288 in der Schlacht von Wohringen und einer weiteren Auseinandersetzung in 1306, zunehmend auf Kostenkur Kölnsteritoriale Ansprüche an der mittleren Wuppe geltend, die sich durch die Gründung des Amtes Beinburg zwischen 1363 und 1399 und der Zuordnung Unterbarmens zu dem Amt manifestierten. 1397 versuchte Wilhelm II. von Berg Ansprüche an seine Neffen Adolf von Kleve und Dietrich II. von der Mark gelten zu machen. Er unterlag in der Schlacht von Kleveham seinen Neffen und wurde gefangen genommen, Um die gewaltige Summe von 3000 Goldschilde zur Freilassung aufbringen zu können, verpfändete er 1399 große Teile seines Besitzes an die Sieger, darunter die Burg Elberfeld und das Amt Beinburg mit Barmen. Durch die Pfandturkunde von 1399 wird auch erstmals die Verwaltungszugehörigkeit der Bergischen Höfe Barmens zum Bergischen Amt Beinburg deutlich. Die drei Söhne des Wilhelm II. von Berg Adolf Gerhard und Wilhelm fanden sich mit dem Verlust nicht ab, besetzten das väterliche Schloss in Düsseldorf, entmachteten temporär ihren Vater und begannen eine militärische Auseinandersetzung mit ihren Märkischen Vättern. Nach dem Tod Dietrichs II. von der Mark vermutlich während der Belagerung der Burg Elberfeld konnten sich die Bergischen durchsetzen, erhielten vermutlich schon kurz nach 1399 ihr Unterbarmer Besitztum zurück und dienten ihren Territorialbesitz darüber hinaus auch auf den bisher, märkischen Teil Barmens aus. Ob dieser Zugewinn auf Kostenmarks durch militärische Gewalt oder durch eine vertragliche Einigung stattfand, ist nicht überliefert. Ab 1420 verlagerte sich die Grenze des bergisch beherrschten Territoriums jedenfalls nach Osten zum Bach Schellenbeck, wo von einigen Forschen wie Gerd Hellbeck ebenfalls Spuren einer das Territorium nun sichernden Landwehr angenommen werden. Damit war die Territorialbildung in Barmen abgeschlossen, das nun als Teil des Amts Beinburgs bergisch wurde und bis zur Ämterauflösung 1806 auch blieb. Die beiden Barmerhöfeverbände sowie die geistlichen Güter wurden nun zu der bergischen Bauerschaft Barmen zusammengefasst. Als Haupthof wird nun der Dörnerhof im Tal der Wupper an der alten Landwehr genannt. Die umgebenden Höfe, auch der alte Seelhof und der Wichlinghauserhof waren nun dessen Lehnshöfe. Die Bauernschaft war für die Verwaltung der Abgaben an die bergischen Landesherren eingerichtet worden und umfasste alle Barmerhöfe, unabhängig von ihrem jeweiligen Besitzer, ausgenommen waren nur freie Sattelgüter wie ZB, Chemner oder Rauntal. Von den alten Höfeverbänden sind zwei undatierte Weißtümer überliefert. Die Weißtümer entstanden vermutlich nach der Etablierung der Territorialherrschaft, als die Bauern gezwungen waren zur Abwehr von landesherrschaftlichen Rechtsansprüchen ihre traditionellen, mündlich überlieferten Hofrechte schriftlich festzulegen. Aus gutem Grund wurden die Weißtümer nicht datiert, damit diese Hofrechte als seit Alters her gültig nicht in Frage gestellt wurden. Da nur Abschriften des 17. Jahrhunderts existieren, kann über das genaue Alter der Weißtümer keine Aussage getroffen werden. Die Beinburger Amtsrechnung von 1466 Laut der Beinburger Amtsrechnung von 1466 der ersten umfassenden datierten Liste der Barmer Wohnplätze, sind zu dieser Zeit 19 Geldabgabepflichtige Wohnplätze in Barmen belegt sich wiederum in 40 Vollhöfe und 22 Kotten unterteilten. Zu den Vollhöfen mit hoher Abgabenlast zählen Wertherhof, zwei der drei Lohöfe, Riedershof, die zwei Kanapperhöfe, einen der zwei Auerhöfe, zwei der drei Leimbacherhöfe, die zwei Lichtenscheiderhöfe, einen der zwei Wuppermannshöfe, die drei Klauhausenerhöfe, einen der zwei Riescheiderhöfe, Wülfingerhof, einen der zwei Brucherhöfe und die drei Brügelerhöfe. Die Vollhöfe mit geringerer Abgabenlast umfassen einen der zwei Auerhöfe, einen der drei Lohöfe, einen der drei Leimbacherhöfe, einen der zwei Riescheiderhöfe, einen der zwei Wuppermannshöfe und einen der zwei Brucherhöfe, weiterhin den Hof zur Furt, zwei Westkutterhöfe, vier Hecklinghauserhöfe, fünf Cleverhöfe, Fettehenne und vier Wichlinghauserhöfe. Diese Höfe stellten als Vollhöfe auch die Schöfen des Hofes gericht. Neben den Vollhöfen gab es die Kottenbockmühlen, zwei Höfe am Kläff, zwei Heiterkotten, der Seelhof, oberster Bruch im Springen, Fingscheid, zum Kotten, Barental, Kapellen, Gockelzeit, Schwaffersgotten in der Marpen, im Dickten, der Kotten in der Leimbach, Dahl, Harzfeld, Klinkholt, Bredde und Scheuren, die ebenfalls Geldzahlungen zu leisten hatten. Die Amtsrechnung umfasst nicht den Dörnerhof oder Hausbarmen, der als Oberhof die Abgaben der Höfe und Kotten einsammelte und daher nicht selbst in der Abgabenliste erscheint. Weitere dort nur mit natural Abgaben belastete Barmer Höfe und Kotten waren Westen, Schönebeck, Chemner, Bredde, Norenberg, Scheuermannshof, Prübusch, Eckbrock und Winkelmannshof. Auf Barmer Gebiet lagen zudem noch weitere Höfe und Kotten, die nicht in der Amtsrechnung erscheinen, da sie keine Allode der Bergischen Herzöge waren oder ihnen Abgaben leisten zu hatten. Dazu zählen Einkotten und Nickhorn, die dem Höfeverband einander des Klosters werden angehörten, und Rauental, das den Herren zu Rauental gehörte. 1519 fand der lutherische Glaubeneinzug in Barmen. Nach einer Hofesliste von 1641 gründeten sich bis dahin weitere Höfe, Bierenerchen, Lattmorgen, Schlipperhof unter den Eichen, vor der Hatt, Schimmelsburg, Kamp und Rauenwert. 1634 Während des Dreißigjährigen Krieg wurde Barmen zwecksgerechter Verteilung der einquartierten schwedischen Truppen auf die Höfe in Rotten eingeteilt, die bis in die nach napoleonische Zeit Bestand hatten. Den Rotten stand ein Rotmeister vor. Die Rotten waren Klauserrotte, Loherrotter, Leimbachrotte, Westkutterrotte, Wichelhauserrotte, Wülfingerrotten, Kleverrotte, Brucherrotte, Auerrotte, Höchsterrotte und Gemakerrotte. Später kam die aus dem Dörnerhof entstandene Dörnerrotte dazu. Nahe dem Dörnerhof stand an einem Seitenarm der Wuppe eine Wassermühle, die als herzogliche Bannmühle von den Barmerhöfen genutzt werden musste. Der Seitenarm besteht als fast vollständig verdolter Mühlengraben noch heute. Über Jahrhunderte bestand in Barmen keine nennenswerte städtische Siedlung. Die Zahl der Höfe erhöhte sich bis 1706 auf 51. In diesem Jahr teilte der inzwischen herrschende Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz das Gebiet auf und versteigerte die einzelnen Grundstücke. Der Gemeinde überließ er die Gemake um den alten Herrenhof, der später Kern des städtischen Zentrums von Barmen eben Barmengemarke wurde. Auch um andere Höfe hatten sich kleine Siedlungen gebildet, so beispielsweise Heckinghausen oder Rittershausen. 1702 wurde in der Gemake eine eigene reformierte Gemeinde gegründet. Von 1710 bis 1714 wurde die erste Gemarkerkirche errichtet. Nach vielen hundert Jahren musste der Kirchgang nun nicht mehr nach Schwelm führen. 1709 lebten in Barmen 476 Familien, also gut 2000 Einwohner. Die Bevölkerung stieg im 18. Jahrhundert beträchtlich durch das aufkommende Bleicher- und Garnwebergewerbe. Gemake wurde allmählich zum Dorf, das allerdings im Gegensatz zum benachbarten Elberfeld nie durch eine Befestigungsanlage gesichert war und bis zum 19. Jahrhundert keine Freiheits- bzw. Stadtrechte besaß. Dies mag ein Grund sein, warum sich der geografische Oberbegriff Barmen für das Konglomerat von Einzelhöfen und Dorf über die Jahrhunderte halten konnte. Bestand schon in der frühen Neuzeit eine umfangreiche proto-industrielle Fertigung von Garnen und Textilien, die 1527 zu einem ortsbezogenen herzoglichen Herstellungprivileg führte. So begann ab Ende des 18. Jahrhunderts rasant die Industrialisierung in den benachbarten Wupperstädten Elberfeld und Barmen. Mitte des 19. Jahrhunderts waren Elberfeld und Barmen die höchst industrialisierten Städte Deutschlands, die in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung spätere Wirtschaftszentren wie Köln, Düsseldorf oder das Ruhrgebiet deutlich in den Schatten stellten. Barmer Artikel, wie die zahlreichen Textilen kurz waren wie Bänder, Kordeln und Besätze genannt wurden, beherrschten den Weltmarkt und machten Barmen in zahlreichen Ländern der Erde bekannt. Weitere Zweige waren die Garn- und Knopfherstellung, mechanische Webereien, Färbereien und die chemische Industrie. Das Unternehmen Bayer wurde hier am 1. August 1863 von Friedrich Bayer und Johann Friedrich Westcott gegründet. Als Barmer Teppich Fabrik Vorwerk und Co. begann in Barmen die Geschichte des Unternehmens Vorwerk. International bedeutend war auch die Klavierfabrik Ibach. Dem Wachsen der Wirtschaft folgte ein erheblicher Anstieg der Bevölkerung, deren Zuwachs vor allem aus der zugewanderten Arbeiterschaft bestand. Zwischen 1830 und 1885 vervierfachte sich die Einwohnerschaft und Barmen wuchs wie das benachbarte Elberfeld, das eine ähnliche Entwicklung nahm, zur Großstadt. Durch die sprunghafte Industrialisierung traten im deutschen Manchester, wie Barmen und Elberfeld in Bezug auf die britische Industriestadt auch genannt wurde, die sozialen Probleme des Pauperismus zuerst auf. Dem daraufhin entstehenden bürgerlichen Engagement gegen diese sozialen Verwerfungen entstammt auch der Barmer Textilfabrikanten Sohn Friedrich Engels, der die Probleme aus erster Hand kennend, mit seinem Weggefährten Karl Marx die als Marxismus bezeichnete Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie entwickelte. Gründung der Stadt Barmen der Beginn des 19. Jahrhunderts brachte umfangreiche Veränderungen mit sich. Am 15. März 1806 trat König Maximilian I. Josef von Bayern das ihm gehörende Herzog Thunberg aufgrund des Vertrags von Schönbrunn an Napoleon ab. Es wurde mit benachbarten Territorien und schon zuvor linksrheinischen französischen Besitzungen zum Großherzog Thunberg erhoben, einem französischen Satellitenstaat unter Napoleons Schwager Joachim Murat als neuer Herzog. Das Herzogtum wurde Mitglied im Rheinbund und trat aus dem Reichsgebiet aus. Wie in den linksrheinischen Gebieten schafften die Franzosen alle zum Teil noch aus dem Mittelalter stammenden Rechtsgrundlagen und Verwaltungsstrukturen ab und führten rasch eine neue Verwaltungsgliederung ein. Barmen wurde Kanton im Arondesmoor Elberfeld im Departement Rhein. Der Kanton bestand aus dem Dorf Gemakel und allen Orten der Kirchspiele Oberbarmen und Unterbarmen mit zusammen 14.304 Einwohnern. Am 3. Februar 1808 wurden unter französischer Herrschaft Barmen schließlich die Stadtrechte verliehen. Wohlhabende Kaufleute und Fabrikanten bildeten ehrenamtlich den ersten Munizipalrat. Erster Mell unter französischer Oberaufsicht war Karl Brett bis Juli 1808 gefolgt von Peter Keuchen bis April 1810, Karl Wilhelm Meller bis Oktober 1810 und Johann Wilhelm Wilkhaus bis Februar 1814. Der Code Civil setzte am 1. Januar 1810 alle bisherigen Gesetze und Verordnungen, die teilweise noch auf traditionellen lokalen Gewohnheitsrechten aus dem Mittelalter bestanden. Außer Kraft 1813 zogen die Franzosen nach der Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig aus dem Großherzogtum ab und es fiel ab Ende 1813 unter die provisorische Verwaltung durch Preußen im Generalgouvernment Berg. Mit Bildung der preußischen Provinz Jülich-Kleweberg wurde Barmen schließlich durch die Regelungen im Wiener Kongress 200 Jahre nach dem benachbarten Schwelm ebenfalls preußisch. Laut einer Ortsbeschreibung besaß Barmen 1821 ein Friedensgericht, eine Empfangstelle für direkte Steuern, 2 Postwerteämter, 1610 Wohnhäuser, 221 Fabrikgebäude, Mühlen und Magazine, 575 Ställe, Scheunen und Schuppen, 794 Thaler an direkten Einnahmen und Gebühren standen 7861 Thaler an kommunalen Ausgaben entgegen. An direkten Steuern kamen weitere 30.951 Thaler in die Stadtgasse. Die Wirtschaft gliederte sich 1821 in folgende Zweige. 38 Fabriken für Leinen, Halbwoll, Woll, Baumwollbänder, Schnüre und Gurte, 26 Fabriken für Zeuge und Tücher aus Leinen, Baumwolle und Halbbaumwolle, 11 Fabriken für Zwirnspitzen und Langetten, 17 Fabriken für Nähzwirn, 1 Fabrik für Zwilliche, 7 Fabriken für Seidentücher und Bänder, 2 Fabriken für Reitpeitschen, 1 Fabrik für metallene, platierte Waren und Knöpfe. 4 Fabriken für Chemische Erzeugnisse, 3 Seifensiedereien, 50 Bleichen, 50 Färbereien, 42 Metzgermeister, 80 Bäckermeister, 31 Bierbrauer, 27 Brandweinbrenner, 122 Krämer, 68 Schonkwirte, 6 Sattlermeister, 139 Schumachermeister, 4 Zimmerermeister, 135 Tischler- und Schreinermeister, 15 Drechsler, 25 Börtjermeister, 3 Rademacher, 2 Seilermeister, 17 Schlossermeister, 7 Hufschmiedemeister, 4 Kupferschmiedemeister, 3 Gelb- und Rotgießmeister, 6 Klempnermeister, 22 Glasermeister, 58 Maurer- und Schieferdeckermeister, 2 Hutmachermeister, 2 Reitmachermeister, 145 Schneidermeister, 9 Uhrmacher, 8 Gold- und Silberarbeiter, 2 Buch- und 1 Steindruckerei, 6 Buchbindermeister, 12 Anstreicher und Lackierer, 19 Lohnkutscher und Pferdeverleiher, 2 Gasthöfe für Personen aus den gebildeten Ständen, 7 Gasthöfe mit Ausspannungen für Fuhrleute, 6 Krüge auf dem Land für Reisende aller Art. Die Stadt Barmen wurde 1834 in 11 Sektionen eingeteilt. Außerdem gehörten Bollwerk, Keuchensfeld, Kotzheit, Loha und Wupperveld zum Stadtbezirk. Außerhalb des Stadtbezirks wurden die Ortschaften und Wohnplätze in der Außenbürgerschaft Barmen zusammengefasst. Entwicklung zur Großstadt 1863 war die Bevölkerung auf knapp 50.000 Einwohner angewachsen. Das Stadtgebiet wurde seinerzeit in Unter-, Mittel- und Oberbarmen gegliedert, wobei letzteres auch die alten Dörfer Wichlinghausen, Rittershausen und Heckinghausen umfasste, sowie der Landbezirk mit den Bezirken Aue, Bindal, Koten, Springen, Lichtenplatz, Heid, Heckinghausen, Wichlinghausen, Schwarzbach, Dickerstraße, Westkritten, Hatzfeld, Leimbach, Karnab, Loha und Westen. Mit der Industriellen Revolution wuchsen diese Gebiete zu einer Großstadt zusammen, die zum Zeitpunkt der Gründung Wuppertalsch über 180.000 Einwohner hatte. 1922 wurden Langerfeld mit 16.100 Einwohnern und nächste Breck mit 3.500 Einwohnern in den Stadtkreis Barmen eingemeindet. Von 1926 bis 1945 gab es dort den Flugplatz Langerfeld des Flugpioniers Gottlob-Espenlaub. Durch das Gesetz über die kommunale Neugliederung des rheinisch-westfälischen Industriegebiets vom 29. Juli 1929 wurde Barmen zusammen mit den Städten Kronenberg, Elberfeld, Ronsdorf und Vorwinkel zunächst zu Barmen-Elberfeld vereinigt. Noch im selben Jahr beschloss die Stadtverordnetenversammlung der neu gegründeten Gemeinde dem preußischen Staatsministerium vorzuschlagen, die Stadt in Wuppertal umzubenennen. Dem Vorschlag wurde im Januar 1930 stattgegeben. 1934 wurde mit der ersten Barmer Bekenntnis-Synode vom 29. bis 31. Mai 1934 die Barmer Theologische Erklärung als das theologische Fundament der bekennenden Kirche verabschiedet, um sich damit gegen die Einflussnahme der Nationalsozialisten auf die Kirche zu stellen. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1810 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter bzw. der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die ortsanwesende Bevölkerung und 1925 auf die Wohnbevölkerung. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.